Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Neuerbude. Oh mein Gott, im Moment ohne Hall. Zu einer neuen Runde Fischfleisch. Zusammen mit... Hi. Ja, cool Surfer. AKR umgespielt. Loll. Wo bin ich hier? Ah ja, bei dem Schaf, das ich letztes Mal geschoren habe. Äh. Oh mein Gott, ist das hier sch... Also Gomez Lelling ist gerade nicht da, den will ich aber eh keine haben in dem Projekt. Also sind wir, denke ich, alle mit einverstanden. Die wollen nur mich sehen. Genau, nicht den YouTuber, ne? Nee. Du interessierst dir eh keinen, du bist eh erst seit zwei Videos dabei. Jedenfalls so richtig. Alter, das Wetter sieht bei mir irgendwie gerade richtig cool aus. Finde ich mit Gewitter und Sonnenauf- oder Untergang. Keine Ahnung, was das ist. Nee, so kann ich das nicht machen. Baust du gerade, oder? Ja. Bin gerade hier hinten bei meiner Basis. Alter, ich habe gerade über den geilen Ort gefunden. Ich verleg meine Basis, glaube ich sogar, weil ich das hier so nice finde. Alter, ist das geil. Ach, ich brauch noch Wolle. Ey, das ist richtig geil, der Ort hier. Ich verleg meine Basis einfach eiskalt. Ich gönne jetzt ein bisschen Stein. Ich gönne mir gerade rote Wolle. Das brauche ich gerade. Ich kann auch immer wieder genug holen. Ich weiß, du hast eine fette Schafsplantage. Alles blind. Nö. Ich nenn's trotzdem so. Wow, richtig schöner Move von mir mal wieder. Richtig rein. Nein, Schaf. Nein. Ach so. Ist irgendein Schaf ausgebrochen, oder was? Wollte es, aber ich wollte nämlich raus und das Schaf wollte auch raus. Das Schaf hat keinen eigenen Willen. Jetzt habe ich ein Schaf wieder getötet. Ich glaube es nicht. Was ist denn mit dem Zeug? Mit dem ist ganz schön viel falsch. Das muss ich dem Jan dann auch noch sagen, wenn er kommt. Was denn? Ich verleg meine Basis. Ich habe hier gerade einen Ort gefunden, den finde ich so übelgeil. Ach, ich wollte ja auch mal so ein bisschen zurück. Ich will ein bisschen weg. Ich will ein bisschen weg. Ich will ein bisschen weg. Okay, da hinten brennt ein Baum. Ich glaube, da hat gerade der Hitz eingeschlagen. Ja, das kann sein. Ich markiere mir kurz den Ort, wo ich gerade bin. Die beste Markierung. Es gibt eine 20 Bruchsteinblöcke hohe Säule. Ich bin halt nicht mal weit weg von meiner alten Basis. Das ist voll praktisch. Und MLG. Oh, geschafft. In dein Haus hat gerade einen Blitz reingeschlagen. Echt jetzt? Ja. Es brennt nicht. Es geht sofort aus. Oh, gut. Stimmt, das Einhorn muss ich dann natürlich auch verschieben. Oder das lasse ich einfach stehen. Hey, was ist das denn? Ach, das sieht so cool aus wie ein Villager-Zong. Ich habe mich schon gefreut. Ohne Hexe. Hier ist immer noch vom tollen Event der Obsidian-Kasten. Ja, der bleibt ja auch. Oh Mann, die hat keinen Trank gebrobt. Voll mies. Äh, hast du eigentlich schon mitgekriegt? Was? Dass Slime-Pvp nicht mitmacht in dem Projekt. Wieso nicht? Äh, er will einfach nicht mehr joinen, weil er zu viel Rückstand hätte. Ja, hat er auch wieder recht eigentlich. Ich baue seine Kiste ab und verbrenne das Zeug, das drin ist. Ja. Ey, ich... Ja, eigentlich hat er ja recht. Ich habe ein Schild aufgehoben, das stelle ich ja auch gleich hin. Jetzt sieht das gut aus, relativ. Ey, da bin ich jetzt mal ein Arschloch. Das Schild nehme ich mir jetzt mal kurz mit und stelle es an mein Haus, das ich umbaue. Er gesagt, umziehe. Kann ich mal gucken, wo du bist jetzt? Ah, einen Moment, ich bin gerade noch im Kampf. Alter. Sk-Ainwood-Skeletzen. Boah, wo ist der scheiß Enderman hin? Creeper Aimwater. Ich hasse das, wenn man gegen Endermans kämpft und die auf einmal weg sind. Oh, der Blitz hat ein paar Meter vor mir eingeschlagen, das ist cool. Ich wurde schon mal vor dem Blitz gekillt. Was? Ja. Voll Glück. Ja, voll lacker. Ich war auf so einer Reise von mal Bifftorten. Die machen es auch nicht schade. Stell ich mir richtig nice vor. Ich habe gerade eineinhalb Erz. Ey, das fände ich irgendwie richtig nice, wenn es so eine Verzauberung gäbe. Nein. Ah, da bist du gerade. Sk-Land-Nein, das geht nicht. Nein, tut es nicht. So, hier der beste Aufgang in meinem Haus. Ja, ich habe hier hinten was gebaut. Oh, scheiße, der Umzug wird ewig dauern. Das weiß ich jetzt schon. Ähnlich, wenn ich umziehen würde, würde es ewig dauern, weil ich erst mal den ganzen Schaf und so mitnehmen muss. Ja, ich muss halt meinen Kisteninhalt nehmen und ein bisschen weg ist das schon. Ja. Ich stelle hier jetzt ein Schild hin. Angeblich hat ja irgendjemand deine Base geflutet, aber... Nee, das hast du mir erzählt. Ja, weil das der Jan gesagt hat, als wir... Wahrscheinlich hat der Blitz eingeschlagen und es ist verdunstet. Definitiv. Hm. Wir werden jetzt... Nein, 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 ich weiß, was der Jan meint. Weil beim Aufgang zu meinem Haus ist ein Block breit Wasser, den ich selber dahin gedämmte. Ach, das habe ich in der Folge gesehen, ja, ja. Ja, das dachte er wahrscheinlich deswegen, dass jemand das Haus geblutet hat. Boah, jetzt wäre eine Schalker Kiste halt übel praktisch für den Umzug. Dann setz dich mal bitte auf und so, bitte. Ich glaube nicht. Komm, du wolltest doch sehen, wo ich hinziehe. Au. Ich sehe dich gerade... Das ist geschützt. Was zur Hölle baust du da? Ein Schiff? Ja. Oh, Zombie. Oh mein Gott, der ist OP. Ich gebe ihm die Kombo. Ich bin mit dem Schiff auch schon fast fertig. Warum zur Hölle ba... Ist es normal, dass hier zwei, drei... Nee, das sind ja richtig viele Schweine zwischen deinen Schafen. Ja, die sollen ja da sein. Die habe ich auch nebenbei gezüchtet. Und warum ist bei euch schon wieder scheiß Glocken? Weil ich neben einer Kirsche wohne. Einer Kirsche. Du wohnst neben einer Kirsche. Und wenn Ruhe ist... Du wohnst neben einer Kirsche. Ja, ja. Ich nehme einer Jadbeere. Oh ja, der Creeper jagt jetzt über Portalen, die Luft. Schade. Ich hätte mich gemobbt, Alter. Von den Scheißviechern. Ja, ich weiß. Und ich glaube, ich sollte mir immer mein Eisen schreden. Ich kämpfe gerade die ganze Zeit mit dir. Das ist eigentlich voll die Verschwendung. Ich muss meine Rüste unterbrechen. Alter Katze. Du sitzt jetzt nicht ernsthaft auf dieser Scheiß-Rose, dass ich an die ich rankomme. Wieder eine echte Katze. Man kann die da nicht aufheben, so. Ach, der Enderman ist wieder da. Da habe ich irgendwo ein Fischi. Und jetzt ist er schon wieder weg. Sag mal. Ich muss den jetzt kurz ausstellen. Wieder weg. Ich musste dich gerade kurz ausstellen. Man hat nichts mehr gehört, weil die Kirche so laut war. Sorry. Sag. Diese Katze. Und ich hasse, dass dieser scheiß Enderman verschwindet immer, bevor ich ihn killen kann. Oder nichts will. Da liegt einfach random ein Apfel. Zack. Komm. PvP-Kampf der Giganten. Ich habe ein Steak als Waffe gegen den Zombie. Ah, was will der Zombie tun? Jetzt hat er sich wieder auf die Tor setzen. Oh mein Gott. Was für ein PvP-König. Ich bin braunes Schaf. What? Oh mein Gott. Sag mal. Digga. Ich fahre gleich zu dir. und schlagt die Kirchenglocke zusammen. Ja, 10 Uhr. Sag mal, will die jetzt bis 11 Uhr durchläutnen? Ja, doch. Glaube ich halt echt. Ah, da ist mal eine fette Bruchsteinsäule. Die richtig sexy, sexy. Boah, man, diese Zombies. Zack. Oh, und ich soll... Ich hab keine Ämle mehr, weil ich mein Muskel aber wir nutzen. Ihr habt halt schon... Stimmt, das soll ich vielleicht in der Aufnahme auch noch mal reden. Ähm, Cool Surfer und Gommes Lehrling haben sich zusammen einen Zaubertisch gemacht. Aber ich werd ausgeschlossen. Das find ich sehr toll. Äh, hier rein. Oh, Mann, in meiner neuen Base ist ein scheiß Skelett. Alter, der hat hier schon... Ich komm, das ist ja jetzt so richtig... Das ist ja jetzt so richtig... Hier für die Zuschauer. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier unbedingt hin will, weil das ist richtig episch, finde ich. Ich design das ja auch noch um, dann wird's noch nicer. Nee, das sollte ich eigentlich so platzieren. Dann hol ich mir mal... Ich mach's jetzt, denk ich mal so, dass ich mir hier ein paar Kisten mach und nicht die Kisten von drüben. Mach's mir so mehr, denn bald mal einen neuen Amboss zulegen, das ist Schrott. Ja, wow, ich hab noch gar keinen. Ihr müsst auch wissen, Cool Surfer und Gommes Lehrling, die sind hier gefühlt jeden Tag zwei Stunden lang online und ich hier so jeden zweiten Tag mal eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Da bin ich ein bisschen im Rückstand. So, mir geht's hier beim Abbauen jetzt nicht um die Kohle, sondern... Ich muss mir auch mal wieder Kohle fahren. Ja, das ist richtig nice, so wie ich das jetzt umgesetzt hab. Das ist richtig nice. Ich bin übel zufrieden. Ich würde sagen, die Folge endet auch gleich schon wieder. Es sind schon wieder 13 Minuten und ich will die Folge nicht so lang machen von dem Projekt. Sonst kann ich die halt nur irgendwie richtig wenig hochladen. Das ist eigentlich relativ wenig, wie die brauchen. So wie sie sind, drei Stunden ist für meine Verhältnisse nicht viel. Und ich weiß, dass das für manche, die ein bisschen bessere Internetleitung haben, jetzt verrückt klingt, aber meine Minecraft Videos, wie zum Beispiel das letzte Mörder Video mit Gommes Lehrling, das hat irgendwie zwölf Stunden Uploadzeit gebraucht. Ist ja fast nichts. Zwölf Stunden gehen doch voll klar. So, und falls ihr wisst, warum ich das jetzt aus am Design gemacht hab, das hier, damit ich hier gescheit in meine Basen wieder runter kann, und das ist perfekt platziert auch, finde ich. Warte, das hier noch so, dann sieht's besser. Ja, das passt so. Das reicht für zwei Truhen, was ich hier hab. Da mach ich eine Doppeltruhe hier hin. So, ich würd dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann baue ich hier weiter an meiner Base. Bis zum nächsten Mal und ciao.